Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Bitte, Herr Goofy. Wir schaffen das für Goofy. Sie müssen Goofy sein. Na, dann bringen wir es hinter uns. Tja, dann nehmen Sie doch bitte Platz. Oh! Also, warum glauben Sie, dass Sie der Richtige für diesen Job sind? Halt! Was für ein Job ist das eigentlich? Das war so was! Das war gut, das war! Was ist jetzt? Raus mit der Sprache! Ich warte! Was sag ich denn jetzt? Schau dir doch etwas! Wichtig sind vor allem Synergien! Hm, interessant, ja. Qualifizierte, taktische Fähigkeiten! Oh, nicht schlecht! Das muss ich versuchen! Zweisprachig ist immer ein Plus. Na dann, noch eine letzte Frage. Ah, Sie haben recht. Die Fragerei ist langweilig. Immer wieder das Gleiche. Mein Vater hat die Regeln aufgestellt. Tja, wie heißt es so schön, wenn du sie nicht besiegen kannst, sieh zu, dass deinem Vater die Firma gehört. Hä, 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 hab ich recht! Das war ein Witz. Mach doch was! Sagen Sie uns doch einfach, wie wir Sie erreichen können. Wir rufen dann zurück. Oh nein! Goofy hat einen Eimtraum! Oh nein! Oh ja! 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 Was haben Sie getan? Sie haben mich befreit! Was? Nie wieder wird mein Vater auf mich herabsehen. Jetzt kann ich die Firma auf meine eigene Art führen! Sie sind eingestellt! Wir haben es geschafft! Ich bin gespannt, was für ein Job das ist! Warum habt ihr mich nicht geweckt? Ich komme zu spät zum Vorstellungsgespräch! Wauw! Mr Api! Wauw! sheerigung mask Ein her cum, materials Vielen Dank.